Das Engel im Himmel musizieren, versteht sich von selbst. Hier sehen wir links oben zwei wunderbar gemalte Engel. Der Linke spielt eine Fiedel, der Rechte eine quergespielte Traversflöte. Im Spätmittelalter begann man in diese großen Darstellungen des Weltengerichts die Werkzeuge der Passion Christi einzubauen, die sogenannten Arma Christi. Auf diesem Ausschnitt sehen wir die Geiselungssäule, die von einem Engel getragen wird. Jesus selber ist noch an die Säule gebunden. Man sieht die Wunden der Geiselung an seinem nackten Oberkörper. Hinter ihm ist ein Mann, der eine solche Geisel in der Hand hat. Ein zweiter Engel hält eine Art Balken. Man würde zuerst an das Kreuz denken. Und doch wird nicht ganz klar, was es ist, denn das Bild verliert sich nach oben. Von dort blickt ein Mann wie über den Wolkenrand auf diese Szene hinunter. Ein Mann blond und in grüner Gewandung, von dem man nicht sagen kann, wer er ist oder was er in dieser Szene hier bedeutet. Er gehört vielleicht zu den vielen kleinen, charmanten Geheimnissen der Fresken unserer alten Kirche. Ich persönlich vermute, dass sich hier vielleicht der Künstler Hans-Jakob Noppis selbst heimlich und mit einem gewissen Humor verewigt hat. Der Künstler Hans-Jakob Noppis hat die HTML-Jakob Noppis-Jakob Noppis. Das Künstler Hans-Jakob Noppis hat die Wunden und mit einem gewissen Altengerあります.